Alles, was zum Deutsch lernen gut ist, kann man in unserer Bibliothek finden. Wenn ich im Ausland bin, dann werde ich als Kasachin wahrgenommen oder als kasachische oder kasachstanische Bürgerin. Aber wenn ich an mich selbst denke, da spielt schon die deutsche Identität eine Rolle. Ich sage, ich habe eine gemischte Identität. In mir wachsen mehrere Kulturen, denke ich. Kasachische Kultur, russische Kultur, deutsche, altdeutsche Kultur und moderne deutsche Kultur durch den beruflichen Hintergrund, europäische Kultur. bis zum nächsten Mal.